Windows Live Office Wer kein Microsoft Office Paket installiert hat, muss nicht auf die Programme wie Word, Excel, PowerPoint und OneNote verzichten. Alle vier Anwendungen werden von Microsoft kostenlos online zur Verfügung gestellt, allerdings in eingeschränktem Funktionsumfang. Außerdem muss man, um sie nutzen zu können, eine Windows Live ID besitzen, deren Erwerb jedoch kostenlos ist. Um diese Web-Apps von Microsoft einsetzen zu können, surfen Sie zur Webseite www.office.live.com und melden sich mit Ihrer Live ID an. Sollten Sie noch keine besitzen, fordern Sie eine an, indem Sie auf der Webseite von Windows Live auf die Schaltfläche Registrieren klicken. Nach erfolgter Anmeldung stehen Ihnen die erwähnten vier Anwendungen zur Verfügung. Sie finden die jeweiligen Symbole im rechten Bereich des Fensters. Um etwa Microsoft Word zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche Word. Geben Sie einen Dateinamen für das neue Online-Dokument ein und bestätigen Sie den Vorgang mit Speichern. Ein leeres Textdokument wird angelegt. In der Online-Version von Microsoft Word stehen nicht alle, jedoch die wichtigsten Funktionen zur Verfügung. Wir fügen nun über die Zwischenablage Text ein, um die einzelnen Funktionen dieser Version besser erklären zu können. Wie auch bei der Offline-Version von Word können Sie im Abschnitt Schriftart die Schrift Ihren Wünschen anpassen. So lässt sich Ihr Text etwa fett, kursiv oder unterstrichen darstellen. Aber auch die Schriftart sowie die Schriftgröße sind individuell einstellbar. In der Gruppe Absatz lassen sich diverse Absatzformatierungen wie zentriert oder rechtsbündig auswählen. Außerdem kann man Aufzählungszeichen und Nummerierungen einfügen. Auch Formatvorlagen sind in der Online-Version verfügbar. Um sie anzuwenden, markieren Sie einen Textbereich und klicken anschließend auf die gewünschte Formatvorlage. Wechseln wir in das Register Einfügen. Hier können Sie zum Beispiel eine Tabelle in Ihr Dokument einfügen. Aber auch Bilder, Cliparts und Hyperlinks können in Ihrem Dokument hinzugefügt werden. Im Moment befinden wir uns in der Bearbeitungsansicht. Wenn Sie in das Register Ansicht wechseln, können Sie aber auf Wunsch auch die Leseansicht aktivieren. Klicken Sie auf Speichern, um Änderungen in Ihrem Dokument zu speichern. Nun können Sie das Dokument über den gleichlautenden Befehl in Word öffnen oder weiterhin im Browser bearbeiten. Oder Sie kehren zurück zur Startseite von Microsoft Office Online. Dazu aktivieren Sie in der linken oberen Ecke den Link Microsoft. In der Mitte des Fensters werden die zuletzt verwendeten Dokumente der Online-Anwendung aufgelistet. Sie lassen sich bequem per Mausklick aufrufen. Auch Dokumente, die mit einer Offline-Version von MS Office erstellt wurden, lassen sich online bearbeiten. So können Sie in Zukunft auch Dokumente der Version Office 2010 öffnen, ohne diese Anwendungen installiert zu haben. Und selbst wenn Sie auf Ihrem System Microsoft Office 2003 oder OpenOffice installiert haben, können Sie damit keine Office 2010 Dokumente öffnen. Mit den Microsoft Web Apps ist dieses Problem jedoch gelöst. Zunächst müssen Sie ein Offline-Dokument auf SkyDrive hochladen. Klicken Sie zu diesem Zweck auf die Schaltfläche Dateien hinzufügen. Hier können Sie eigene Ordner anlegen und die Dokumente darin speichern. Wir hingegen verwenden den Ordner eigene Dokumente. Per Drag & Drop lassen sich die Dokumente bequem und rasch einfügen. Wählen Sie eines oder mehrere Dokumente aus und ziehen Sie sie in den durch Strichlinien markierten Bereich des Fensters. Je größer die Dateien sind, desto länger dauert der Upload. Und selbstverständlich ist die Dauer des Hochladens von der Qualität Ihrer Internetverbindung abhängig. Schließen Sie den Ladevorgang durch einen Klick auf die Schaltfläche Weiter ab. Die soeben hochgeladenen Daten werden im Abschnitt Heute angezeigt. Nun öffnen wir ein Excel-Dokument, um die Funktionen dieser Web-Anwendung vorzustellen. Wir haben uns für das Haushaltsbuch entschieden. Sie werden rasch feststellen, dass sich die Tabelle nicht bearbeiten lässt. Sie befinden sich schließlich noch in der Leseansicht. Sie haben jedoch zwei Möglichkeiten, die Tabelle zu bearbeiten. Einerseits könnten Sie die Tabelle durch die Auswahl der Schaltfläche in Excel öffnen, in der Offline-Anwendung öffnen. Dumm nur, wenn kein Excel auf dem Rechner installiert ist. Wir entscheiden uns daher für die Online-Variante und die Option Im Browser bearbeiten. Wie in Word Web App stehen auch in der Online-Variante von Excel die wichtigsten Funktionen zur Verfügung. So können Sie zum Beispiel die Schrift beliebig formatieren. Aber auch die Textausrichtung von markierten Zählen lässt sich durch Auswahl der entsprechenden Schaltflächen in der Gruppe Ausrichtung schnell ändern. Auch auf Zahlenformate wie Währung oder Datum muss nicht verzichtet werden. Zudem können Sie in der Gruppe Zahl die Anzahl der Nachkommastellen festlegen. Wollen Sie die Datei etwa speichern, ohne die geöffnete Version zu überschreiben? Dann wechseln Sie in das Register Datei und wählen den Befehl Speichern unter aus. Geben Sie hier den neuen Dateinamen ein und bestätigen Sie den Vorgang mit Speichern. Haben Sie es sich anders überlegt und wollen die alte Version nun doch überschreiben, belassen Sie den Dateinamen einfach unverändert. Um die vorhandene Datei zu überschreiben, bestätigen Sie mit Ja. Um Excel Web App zu schließen und wiederum zur Startseite zu gelangen, klicken Sie erneut auf den Link Microsoft in der linken oberen Ecke. Hier können Sie selbstverständlich wieder auf die zuvor hochgeladenen Dateien zugreifen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche SkyDrive. So, nun befassen wir uns noch mit der Online-Version von PowerPoint. Wechseln Sie mit einem Klick auf der Schaltfläche Im Browser bearbeiten zur Online-Anwendung PowerPoint Web App. Auch diese Web-Applikation stellt die wichtigsten Funktionen zur Verfügung. In der Gruppe Folien etwa können Sie neue Folien einfügen oder bestehende Folien löschen, duplizieren oder ausblenden. Selbstverständlich lässt sich auch hier Text bearbeiten. So können Sie jede beliebige Schriftart verwenden oder etwa die Schriftgröße ändern. Mithilfe der Absatzformatierungen lässt sich der Text auch wiederum beliebig ausrichten. Das Register Einfügen kennen Sie ja schon von den anderen Web-Apps. Hier lassen sich Bilder, Smart Arts und Verknüpfungen in die Präsentation einfügen. Im Register Ansicht können Sie zur bereits bekannten Leseansicht wechseln oder die Bildschirmpräsentation starten. Aber auch Notizen können hier erstellt werden. Alle auf SkyDrive gespeicherten Dokumente können auch freigegeben werden. So können Freunde, Bekannte oder Mitarbeiter Ihre Dokumente lesen, ändern, aber auch gegebenenfalls löschen. Um ein Dokument freizugeben, bewegen Sie die Maus über das Dokument und wählen per Mausklick die Option Mehr aus. Im Menü klicken Sie auf Freigeben und in der Folge auf Berechtigungen bearbeiten. Durch Setzen des Schiebereglers können Sie bestimmen, welche Personen auf Ihr Dokument zugreifen dürfen. Wählen Sie also die gewünschte Zugriffsart und bestimmen Sie anschließend im Feld rechts neben der Auswahl das Zugriffsrecht. Hier können Sie festlegen, ob die Zugriffsberechtigten Ihr Dokument nur ansehen oder es auch bearbeiten dürfen. Um zu erfahren, wer schließlich auf Ihr Dokument zugreifen darf, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Zahl in der Klammer neben der ausgewählten Zugriffseinstellung. Sie finden hier die E-Mail-Adresse der zugriffsberechtigten Personen. Möchten Sie einer zugriffsberechtigten Person umgehend mitteilen, dass Sie Ihr Zugriff auf ein Dokument gewährt haben, senden Sie am besten eine E-Mail mit dem entsprechenden Link für das Dokument. Geben Sie einfach in das dafür vorgesehene fette E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Oder befindet sich diese Person bereits in Ihrer Kontaktliste? Dann genügt ein Klick auf die Option Aus der Kontaktliste auswählen. Setzen Sie in der Kontaktliste vor den auszuwählenden E-Mail-Adressen ein Häkchen, um den entsprechenden Empfängern den Dokumenten-Link zukommen zu lassen. Bestätigen Sie anschließend mit Speichern. Zuletzt klicken Sie noch auf Senden, um den Vorgang abzuschließen. Klicken Sie auf der Startseite auf die Option Alle anzeigen, um die freigegebenen Dokumente aufzulisten. Hier werden alle freigegebenen Dokumente im Abschnitt Freigegeben von mir aufgelistet. Daneben finden Sie hier auch Ihre privaten Ordner bzw. Dokumente. Sie müssen aber nicht jedes Dokument einzeln freigeben. Auch ganze Ordner und deren Inhalt können in einem Schwung freigegeben werden. Klicken Sie auf den Ordner, den Sie freigeben möchten. Wählen Sie den Menüpunkt Freigeben und klicken Sie anschließend auf Berechtigungen bearbeiten. Bestimmen Sie im Abschnitt, wer kann darauf zugreifen, Ihre Freigabeeinstellungen und bestätigen Sie diese abschließend durch Klick auf die Startfläche Speichern. Fertig! Alle Daten, die sich in diesem Ordner befinden, sind nun freigegeben. Der Möglichkeit, auch andere an den eigenen Dokumenten mitarbeiten zu lassen, steht in den Microsoft Web Apps der eingeschränkte Funktionsumfang gegenüber. Andererseits ist die Verwendung der Web Apps vollkommen kostenlos. Entscheiden Sie also selbst, ob Sie Dokumente lieber online oder offline speichern und verwalten möchten.